hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge farcry 4 in meinem let's play auf dem kanal the northern way of life wir haben gerade ein wildschwein nashorn ein nashorn aber platt gemacht und das hätte uns fast getötet nachdem uns das erste nashorn schon fast getötet hat hier liegt ein wildschwein rum und wir brauchen wildschwein aber ist hinzufallen aber jetzt brauchen wir auch erstmal ein auto da ist die 1 jetzt machen wir uns erstmal auf wildschwein jagd scheißdinger hatten geschützt ja ja du mich auch la 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 ich muss auch irgendwann mal irgendwo anhalten falls einer von euch einen wanderer sieht also zu dieser verkäufer dann soll er aber bescheid sagen dann halte ich mal an das sind wir auch die schloss oder auch nicht nein nicht aussteigen du sollst das geschützt bin mann du idiot das ist doch mal tot jawoll ja geil gemacht Na, kommt schon. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, ich kann ihn gleich schon messern. Herrgott im Himmel! Ich hab ihn einfach nicht gesehen! Naja, muss man mal machen. Der Pferd hat sich mit meinem... Ich dachte schon. Ach, bitte. Jetzt hätte ich schon wieder fast die Waffe weggeschmissen. Aber... Ja. Ich muss trotzdem erstmal rausfinden... Was bedeutet denn das mit diesem ganzen Karma? Fortschritt. Karma. Belohnung. Ah, okay. Ich krieg äh... günstiger... Karten. Wenn ich das richtig verstanden hab. So, dann machen wir mal weiter. Oh man, ist auf der anderen Seite vermissen. Mal aussteigen, gucken. Was sagt die Straße? Die geht jetzt hier hoch. Ich will... dahin. Oh, muss ich da rumfahren? Und dann irgendwie in Sherpa... Ach, über Sherpa muss ich versuchen dann dahin zu kommen. Na, komm schon. Was mach ich denn da jetzt? Ab da. So. Ich muss sowieso nochmal einen Laden rein, weil... Ich muss meine Taschen leer machen. Oh, ist alles ganz nett und schön. Na! Sag mal! Jetzt fährt er mir nochmal in die Kiste, das. Jetzt fährt er mir nochmal in die Kiste, das. Wir müssen gewinnen! Und noch mehr Karma! Wie hab ich was los überlebt? Dein Schutzgeist! Das Auto mit dem Geschütz ist schon ne geile Nummer! Na! War da eigentlich irgendwie ein Kapp, was Sherpa heißt? Oder hab ich da jetzt schon dran vorbei? Na, ich wollte ja eigentlich hier hoch, aber... Hm. Oh! Das war reine Absicht! Das ist auch geil, ne? Das ich hier so ein Auto mit Geschütztürm hab. Das fällt mir gerade ein. Warum ich das nicht benutze hab, als ich jetzt hier den Nashorn da erlegt hab. Das wäre mir eine große Hilfe gewesen. So, wir sind jetzt hier wegen Wildschweinen. Wenn einer von euch hier mal so ein Wildschwein sieht, dann soll er mal Bescheid sagen. Aber so ein Adler meinte ich jetzt nicht. Also ein Adler meinte ich jetzt nicht. Das sind Rehe. noch mehr Rehe. Fasan. Aber wo sind denn hier verdammt nochmal Wildschweine? Was ist denn das? Was ist dieses Vieh hier oder was? Ist das so ein Dachs? Was ist denn das? Was ist dieses Vieh hier oder was? Ist das so ein Dachs? Oh nicht das Feld. Super. Ist wirklich voll, ne? Ach ja! Haus des alten Ischar. Da werden wir mal hin zu diesem alten Ischar. Es geht schon wieder los. Na, Wasser, ich kann ihn nicht sehen, das ist die Flamme. Aber er kann mich natürlich sehen. Da ist er. War ja klar. Ah, das ist einer wieder von diesen Dachsen. Tja, leider kann ich den nicht nehmen, weil meine Tasche voll ist. Aber mit etwas Glück könnte sie gleich wieder leer sein. Hm, sieht nicht so aus, als ob man hier was verkauft kann. Tja, also schnell Reise wieder zurück und dann müssen wir wieder dahin. Oder gibt's hier noch einen Ehrenort, Scherper, da wo wir meilenweit dran vorbeigefahren sind. Da gibt's noch einen Glockenturm. Aber... Tja, wir müssen leider diesen Weg nehmen. So, verkaufen. Schnellverkauf. Jawohl. Was gibt's sonst noch? Werberpanzer. Spritzen. Fahre ich noch voll. Schützenhilfen Upgrade. Diesen Gegenschein kaufen? Oh. Schützenbilden Magen Upgrade, verstehe ich nicht. Oh, einfach einmal kaufen, kaufen, kaufen. Hm. Tja, irgendwie haben wir noch nicht so richtig Karten. Boah, Defensive. Gott. Wie viel haben wir denn? Wir haben jetzt 80.000. Wenn wir das jetzt bezahlen, haben wir nichts mehr. Jetzt müssen wir irgendwie wieder dahin kommen. um unsere Wildschweine zu jagen. Vielleicht schaffen wir das mit dem Gleiter darüber zu kommen. Na, komm schon. Aber es liegt ein bisschen unter uns. Das sieht aber ganz gut aus. Ja. Sollen wir heile, heile machen. Und jetzt gucken wir nochmal nach auf Bildschweinen. Und mit etwas Glück liegt vielleicht unser Dachs auch noch da. Äh. Wo war denn das? Was? Also Rehe gibts ja hier, wie verrückt. Aber... Wildschweine? Hm. Die brauchen wir auch. Und das mit dem Fell, das überzeugt mich noch nicht so ganz. Also bei mir auf dem Rechner sieht das jetzt nicht so schön aus. Das gibt's doch gar nicht. Messvieh. Tja, wir haben alles gefangen. Wir haben alles gejagt. Stinktiere und dieses komische Nasenfieh. Aber das einzige, was wir jetzt nicht gefangen haben in dieser Folge. Das war der... Na? Genau, das Wildschwein. Das Wildschwein haben wir nicht gefangen. Das ist irgendwie alles ein bisschen blöd. Oder schade. Oder beides. Aber ob das noch klappt, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Denn diese Folge ist vorbei. Oh. Was ist das? Ein Hund. Oh, den müssen wir leider noch mitnehmen, ne? Oh. Oh. Wenn jetzt noch der Adler kommt, dann ist es aber... Reiz aber. Leute, lasst mich mal kurz in Ruhe. Ich muss Schluss machen. Also, daunt mich, wenn ihr ein Zeichen setzen wollt. Oder abort mich, oder diesen Kanal zumindest, wenn ihr nichts verpassen wollt. Oder kommentiert mich. Oder diese Folge, wenn ihr was zu sagen habt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Euer Adi Geheld. Tschüss.